Yo Leute, hier ist der Alessander Bayer wieder hier und heute zeige ich euch eine Schwimm-Chip. Das erste Mal mit Soße und mit Backkorn das zu essen, weil ich bin heute so aufgeregt das zu essen. Soße und mit Soße und mit Soße. Bei Leute drück extra auf Likes und auf Dissenlikes und auch auf Comments bitte und noch auf Abonnenten bitte und dann tschüss.